Wir sind in Hamburg. Wir sind mit Sven Brodersen vom FC St. Pauli heute bei Viktoria Hamburg. Wie geht's? Super und euch? Ich freue mich dich kennenzulernen und ordentlich mit dir Gas zu geben. Also, recht gespannt. Nichts, zack. Gut. Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.